weit ist mit dir männlich erwachsen hunger ja die haben doch hier diese pflanzen dinge kann ich das jetzt hier verkaufen da bist du auch männlich geselligkeitsanforderung 15 von 20 oder muss man ja auch noch 13 von 20 steven ja dann muss hier nur eine weg die sonja hat gerade ein kind gekriegt na ja das können wir nicht machen susanne sonja die heißen ja also schermann geselligkeit ist rot aktuell aber jetzt 300 dann warten wir noch ein bisschen ich habe keinen plan ehrlich 0 machen wir denn noch wahnsinn sieht gut aus guck mal was für eine große fläche hat es hat wirklich alles hier krass ok dann machen wir das am besten so dann nehmen wir auch hier so weit wieder so so mein gott die sind ja immer nur kinder 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 hier ich weiß nicht ob die kinder wirklich diese straußen mutter brauchen da bin ich mir ehrlich gesagt sehr unsicher stefanie aber falsch geschrieben musik was kann man denn dann nehmen savannah hört sich das denn an ja ist gut aber hä habe ich nur noch ein nilpferd moment immer noch strauß 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 wo sind meine nilpferde auch scheiße So, warte mal. Das ist gut, dass ich auf Stopp hab hier. Wieso kann ich das nicht... Der ist ausgebüxt. Doch, wo ist der hin? Ich weiß schon, warum ich das nicht so gerne spiele. Gehege. Äh. Hm, okay, machen wir das so. Real. Aber, wo ist der andere hin? Sie ist weg. Sie ist weg. Ach, nee. Ja, der scheint jetzt weg... Sie scheint weg zu sein, ne? Gucken wir mal hier, aber... Weg. Weg. Okay. Nee! Da ist er. Sie. Hä? Ach, dann war sie wahrscheinlich in der Hütte drin, wa? Boah. Er ist aber normal. Boah, guck mal, wie viele Jungtiere wir hier haben. Na. Hunger, Durst. Warum kriegen die denn nichts zum Essen hier? Muss ich den Pflegern sagen, was die machen müssen? Ja, dann kümmert euch auch darum, dass die immer was zum Essen haben. Na, das geht ja so nicht. Das geht ja so nicht. Und hier so ein Riesenrad. Kann man bestimmt hier schön ja so zwischenstellen. Und dann können die Leute, ne, das wäre ja schwachsinnig. Hier müsste das eigentlich so hin. Genau mitten im Gehege. Äh, cool. Hier könnte das hin. Das mach ich auch. Da kommt hier hin. Und der verbindet sich gleich so. Dann muss ich nur noch den Eingang hier hin machen. Perfekt. So. Ja, dann Riesenrad ist natürlich schon was teurer, ne? Was machen wir denn? Was ist das denn? Oh, das, äh, ist doch gut für Wild. Das passt doch. Da hat man auch gut ausgesucht jetzt. Ah, mit dem Gesamtmonatlichen, das haben wir auch. Jetzt müssen wir noch so Tiere hier verkaufen. Ja, wie gesagt, ich bin mir da nicht sicher, ob diese kleinen Jungtiere nicht, äh, an die, äh... Oh, das muss, äh, ich muss noch mehr Pfleger einstellen. Die mithelfen. Hier schaut's besser aus. Als da. Wieso kippst du einen Andauerndurm? Bist du schwach? Was sagen die denn? Ah, dann geht's aber allen gut. Achso, ich muss hier auch noch einstellen. Alle zwei... Nein. 20 Minuten. Und hier auch noch. Und hier haben wir ja auch noch keine Musik, ne? Hm, machen wir auch. Und auch die Eins weg, weil wir werden ja immer nur einmal so eine Bahn haben. Okay. Elefantentransport. Boah, das ist teuer, wa? Der Elefantentransport. Ja, und das Problem ist auch, wir haben auch nur... Was heißt nur, aber... Äh... Einmal nur so kleine Sachen, ne? Nichts... Ähm... Nichts Großes. Was müssen wir denn gleich noch bauen? Nilpferde. Okay, hoffentlich hauptsächlich Nilpferde. Das heißt, wir können auch mal vielleicht gleich eine Achterbahn oder sowas bauen. Äh... Machen wir hier mal Hähnchen hin. So. Aber Hähnchen... 60. 2 Euro. Äh... Jetzt haben wir genommen 40 Cent. 240. Und das sind aber schon mehr. Dann machen wir hier... Komm, machen wir 3, 10. Dann kommt hier noch... Limonade hin. So, Limonade 1,30. Mittlere 1,70. Große 2, 10. Und die Riesenlimonade 2, 50. Und dann kommt hier auch noch eine Toilette hin. So. 30 Cent will ich dafür haben. Jetzt haben wir hier eigentlich Ballons. Hier können wir ja meinetwegen Ballons hinmachen. Und dann machen wir... Gelbe. Und hier hinten... Können wir ja... Äh... So Safari-Spiel-Sachen machen. Ne? Oder hier. Nein. Lass mich in Ruhe. So. Jetzt haben wir hier... Spielzeug-Affe. 1 Euro. Antilopenhörner. Komm, machen wir alles. 1 Euro. Ja. 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 Ja.